Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euerste Pro von PS5.de. Ich habe gerade hier bei 2K NBA 2K17 gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein Basketball-Experte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, FIFA kann einpacken, was die Grafik angeht. Ich kann sagen, NBA sieht so realistisch aus, selten so ein Spiel gesehen. Ich habe natürlich immer beobachtet, wie sich das alles weiterentwickelt hat. So NBA 14, 15, 16, 17. Und 2K schafft es wirklich immer wieder, NBA zu verbessern, weiterzuentwickeln. Und das siehst du auch. Die Tattoos sind realistischer, jeder Spieler ist individuell. Und was auch in der Präsentation nochmal erwähnt wurde, ist, dass jeder Spieler oder die NBA-Stars, die großen NBA-Stars auch wirklich dahinter sind, dass ihre Charaktere virtuell gut umgesetzt werden. So arbeiten die ganzen, so arbeiten die ganzen NBA-Stars sehr gut mit 2K zusammen. Sehr eng, sehr tief. No homo. Und das merkt man halt einfach auch. Das Prinzip wird ein bisschen vereinfachter werden. Es wird für Einsteiger ein bisschen mehr bieten können. Und ja, NBA 2K17 sieht sehr gut aus und ich denke mal, die Basketball-Spiele unter euch werden auf jeden Fall ihren Spaß haben. Und definitiv eines der besten Sportspiele, kann ich einfach nur sagen, Daumen hoch.